Ich habe in der kurzen Pause wieder darüber nachgedacht, was wir in der letzten Folge erlebt haben, weil ich es ja niederschreibe und da habe ich ja gesagt, der David hat doch am Ende von Episode 1 das Haus blau gemacht. Ich muss nochmal nachgucken, aber womöglich hat das einfach entblaut. Das wird es dann wohl eher sein, aber jetzt erstmal die Frage, stimmt 7171, wenn ja, dann war das ein großes Sicherheitsrisiko von David, als er das Schloss da auf dem Tisch einfach so da hatte, da liegen hatte, eben offen. Das wird es wohl, denke ich, hoffe ich sein, aber erst einmal, hallo, seht's. Willkommen zurück bei Life is Strange. Schlösser knacken, Life is Strange, Schlösser knacken, was für ein Titel für ein neues Abenteuer. Oh Mann, David. Wir haben das Schloss oder generell irgendwas hier am Leben gelassen, ohne Geheimd. Oh, Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan. Oh, ja. Jackpot. Lesen, 15.17 Uhr, Blackwell Parkplatz. Sie weiß etwas, woher man Drogen bekommt. Mhm, Cloy. Selbst da hat er ein Foto von. Da waren Kameras. Wer hat dann ein Foto gemacht? Ist er mit einer Drohne herumgeflogen? Wie konnte das sein? Als wir schon zugelassen haben, dass die Kameras hier hinkommen, habe ich ja auch schon fleißig geguckt, hier, da, ein Parkplatz, soll da eine Kamera hin? Ist er wirklich eine? Hm. Das Auto mit der... Wer ist das denn? Die ist bestimmt voll nett. Schaut sie euch mal an. Schloss noch davor hängen. Jawohl. Fein. Gibt's eigentlich wieder was Komplettes zu lesen? Will denen gar niemand einen Text nachreicht schreiben? Chloe rufen. Oder war... Nee, das war doch erst hier dann mit Krankenhausbesuch, oder? Hm. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Some Glück. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max. Now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Hm. Ähm, hier fehlt ein Ton. Das hatten wir ja schon mal als... Nach dem Schwimmbad, ne? Oh, nee. Jetzt wird Chloe sich wieder so etwas an ihn ran machen. Wo ich wieder auf den Gedanken komme. Bei Chloe denke ich, ist es egal, was für ein Geschlecht. Wenn... Ihr einfach jemanden gefällt, dann ist das Geschlecht egal. Finger weg von Chloe. Leonard Jefferson. Tobanga, Tobanga. Schleicht dich. Ja. 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 Ich bin, wie es ist. Ja. Ich bin, wie es ist. Ich bin, wie es ist. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist. In meinem Leben ist. Du kannst nicht einen Artikel arbeiten. Also... Du wirst mich nicht für das, was ich zu dem Prinzip gesagt habe? Ich bin stolz von dir, dass du so viel über einen Schrecklichen Freund bist. Und ich nehme Hoffnung in den Fakt, dass du viel Zeit hast, um deinen Weg zu finden. Juste... Du bist in den Wettbewerb von deinem Arbeit da. Danke, Mr. Judgersi. Ich werde definitiv da heute Abend. Ich auch. Ich werde Max's date. Du solltest du mit uns auf jeden Fall tanzen mit uns. Nein, niemand sollte mich sehen. Du solltest mich tanzen. Plus... Du willst nicht den alten Hipster schauen, die mit den Kindern zu halten. Ich habe ein wenig Freude. Ich sehe dich. Ja, du solltest. Ein heißes Wimpern. Rose! Du bist aus Kontrollen. Nicht noch. Warte, bis heute Abend der Rager. Schau dich. Sei nicht stolz, weil Marc Jefferson denkt, ich bin cool. Ich bin so ignoriert. Alles klar. Seit ich hier bin, werde ich sehen, ob ich etwas Dürfen von Justin bekomme. Ich habe ihn noch nicht gesprochen. Das ist ein großartiger Freund. Der kennt deinen Namen nicht mehr. Chloe. Dieser... Trophy. Wie wäre es mit hier lang? Hm? Okay. Kann ich heute sogar verstehen. Ah, Logan, du bist ein Arsch. Oh-oh. Was geht dabei? Auch wenn Logan gerade nicht hier ist. Er ist ein Arsch. Woah, das mit der Drohne war knapp. Hier, hier sorgt jemand herum. So, hier. Du gehst auf die Party, weil... Warum nicht? Du triffst die Alyssa und kannst mit ihr in den Pool springen. Hm. Wenn der Schwimmnudel ankommt. Wenn der Schwimmnudel ankommt. Der Schwimmn ist irgendwann wieder auf der Schlange. Das ist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Du bist klasse, ja? Da gehe ich bei Max mit. Gibt ja auch ein, Ligger. Oh, die Musik... Shit. Ich habe eine Konversation mit Gluck. Sie war sehr sad über Kate. So am I. Und angry. Wir sollten nicht gehen zu Klasse und stattdessen. Aber das ist nicht going zu passieren, Blackwell. Yet. Ich mag das Revolutionary Daniel Da Costa. Nur wenn ich die Revolution aus meiner Schauschbuch bin, Max. Das war's. Das war's. Das ist genau, warum du das Party musst. Wir müssen die Blackwell bullies für Kate. Du bist nicht alleine, Daniel. Nicht mit dir, Max. Dammit. Ich werde das Party gehen, wie es das Ende der Welt ist. Okay, vielleicht ich will, aber ... Nein, ich will da, aber ... ich werde. aufgemuntert ob eben die party so gut bekommen wird das wird die frage das werden wir so einfach nicht erfahren ein skidderboy aber nicht der skidderboy ich hätte chloe gesagt so i hear any word at all rachel dude i wish i'm working on it and i miss her laugh when i bail off my board she is probably high yeah she had the sick nugs true that okay i have to bounce come hang with us at the park sometimes i have to bounce ich hüpfte dann mal weg das ist in dem sinne der genanke gefällt mir ja du generischer typ vorsicht moment was passiert eigentlich oh god ich will es doch eigentlich gar nicht herausfinden na das war schon gar nicht mehr so schlimm schon genug aus dem weg geschubst so hier konsequenztat alissa you play hard to get when you already hard to want muss das sein sagt jemand der selbst mit chloe viel spaß am end perfektionieren hatte also in der anderen zeitlinie sah das anders aus mit dem gedanken zum geld am 18 bis zum 25 oktober selbst das wort schreiben die halt vor die zahl erst monat dann tag tja werden wir nicht mehr leben weil stürmchen kratzen kotzt mich nach wie vor noch an dass ich das nicht geschafft habe heute wieder besonders doof oder nur halb doof oder nur doof er sagt nix also ist das schon mal nicht verkehrt moment foto steinmännchen 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 bauen okay jetzt auch im spiel was glaube ich bald bald was mal rauskommen soll das auch so heiß blair witch und im hintergrund tabanga 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 gut bei frank dunkel dunkel partei partei eichhörnchen eichhörnchen liegt da schingen im blatt auch was das ding wo alles weiß und auch bewirkt macht bestimmt mehr als es den anschein hat das teil das teil tabanga das ist so ironisch warren max ah ja können nicht hören da sitzen auch zwei passende zusammen zwei sehr gute seelen von blackwell der linke weiß viel mehr als man denkt ne er weiß mehr was er sagt er weiß mehr als er sagt obwohl er sich auch keine mühe gibt das zu verheimlichen dass er offenbar mehr weiß der samuel na brock angepisst noch nicht oder doch schon naja go ape das ist ja auch noch so eine sache mit dem foto oh man hey brock how are you considering what happened to kate i could be better are you okay bist du okay bist du okay und wir können antworten drohne wale das könnte am ehesten noch mit bist du okay naja ich schon aber ich fühl mich echt komisch mit dem was hier passiert eben unter anderem die gestrandeten wale i i can't get my limited brain around that eclipse and the beached whales i was hoping the science department had some ideas warren and i are supposed to compare notes and theories this weekend oh he asked you you know science geeks stick together but honestly neither of us can explain this phenomenon it's pretty scary i need to find nathan have you seen him around ask warren i mean you're going to the movies with him and everything okay brooke um but right now i'm trying to find nathan warren's not good enough for you okay i saw nathan pissed and walking off campus earlier good luck getting that date max date ist das so ein abgeranzter schmetterling ne motte was max da anhat auf ihrem shirt ist auf jeden fall mal was anderes als ja zuletzt generell miss grant finally gave up and let me fly her again but you're going to the drive in with warren so you don't have time to fly my drone doch jetzt i can't fly your drone because i'm going to see ape movies with warren you are perceptive max now excuse me my drone needs me ah hier kommt sie dann doch durch die brooke die halt schon angefressen ist brooke doesn't look happy that i'm going ape with warren talk to you later max später ist die jetzt na wenn da mal kein igel lohn ist na wenn da mal kein igel lohn ist na wenn da mal kein igel lohn ist ein eichhörnchen ich könnte es ja mal ewig zuhören wenn er was sagt allein schon weil ich da neue gedankengänge theorien aufgreifen könnte was eigentlich mit ihm beim tornado passiert bestimmt nix schlimmes ich mein der weiß darüber vieles bescheid er hat es doch kommen sehen und weiß was zu tun ist um selbst zu überleben max geht und sie sagt hallo da einschweift da fehlt aber noch einer kriegst du mal beste zum schluss ich mein miss grant ist ja nicht schlecht aber samuel ist immer noch mal was ganz besonderes mrs grant looks interested in whatever samuel saying hi miss grant max you always show up when i'm talking about you i'm still bragging about you and the other students making blackwell surveillance for you i was hoping you could explain some of these crazy things happening in arcadia bay if i could i'd be collecting my nobel prize in science today i haven't been able to wrap my mind around that eclipse much less the snow in wales mich merks einfach überhaupt nicht darauf eingegangen ist was sie gesagt hat schüttelt sie auch im kopf mich nicht schnitzel johann ich b das b ich 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 Was denkt die du? Nicht mystisch. Wie wär's denn mit zwei Munden? Ich habe mir gerade ganz schnell einen Screenshot gemacht, als sie hier das Werk genannt hat. Ich war nach Nathan Prescott und dachte, er könnte in deiner Klasse sein. Ich bin überrascht, Max. Ich dachte nicht, dass du und Nathan genau Freunde waren. No way. I just have to ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? Wie die teilweise aus ihrem Gesicht guckt, so komisch. Jetzt schon wieder so augengroß aufgerissen, aber teilweise auch so knapp über den unteren Rand vom Auge. Zeug gespulen ist gerade noch nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, ich würde nicht helfen, Kate Marsh. Oh, Max. Ich bin so sorry, dass du das überrascht hast. Kate ist das liebeste Studenten, als ich in Blackwell habe. Und sie können sich so cruel zu sein. Du musst dich sprechen mit einem Counselor? Blackwell Academy needs the help. Ich glaube, es ist etwas schrecklich zu sein. Ich sehe es, nicht? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Mit ihr zu reden ist auch immer toll. Das Peace-Zeichen hat sie als Kette. Andere haben einen A. Let's talk again soon, Max. Und da geht's grad nicht. Samuel misset seine Squirrels. Hinter dir ist eins. Hi, Miss Grant. Max, you always show up, when I'm talking about you. I was looking for... I'm surprised, Miss. Just study partners. I can't believe he does have friends. That depends what your definition is. Doch die wick. But I'd like to see more friendships at Blackwell. Less bully. Especially after this week. Me too, Miss Grant. So, you don't know where Nathan is? I saw him sulking off campus earlier. But you look like you have more on your mind than a question. Huh, schmollend. Don't be afraid to talk to somebody, okay? I wish Kate had come to me. I had no idea what she was going through. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. So, why doesn't Principal Wells stop the party? To be honest, he doesn't seem to care about what's going on here. Raymond Wells has saved this school from financial disaster, and he cares more than you'll know. You're wise, but don't be so quick to judge everybody. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. The music. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow and whales. There must be a scientific explanation. Right? When my friends at NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those End of the World posters. Unless you know something I don't. What about wormholes and chaos theory? I like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Why couldn't we the information now not use? We have to answer everything as in the first attempt? The first attempt? Max, you always show up when I'm talking. Max, you always show up when I'm talking. The first attempt must not be forced to be forced, but... I was looking for Nathan Prescott. I'm surprised. No. I saw him leaving campus looking at... Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Müssen wir die Information woanders verwenden? Hi, Miss... Max, you... I was looking for... I'm surprised, Max. Auf keinen Fall. No way. I just have to... Ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. Hm. Hm. Was anderes kann ich mir grad nicht vorstellen bei der Info oben links. Mit dieser Information kannst du was anfangen. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. Hm. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Vielleicht können wir die Information bei jemand anderem verwenden. Bei Brooke bestimmt. Hm. Hm. Da haben sich zwei gefunden. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. Hm. Oh, ja. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Ich weiß schon. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Mit seinen Kameras. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision than both of us. No, Max. I just look at everything from a different angle. Oh. Aus dem Winkel der Eichhörnchen Augen. Have you seen Nathan Prescott around? I try not to. Whoa. You really don't like Nathan. How come? Samuel likes everybody. Until they give him a reason not to. He did. Well, okay. I've said. You know a lot of Blackwell secrets, so I thought you could help me. Max, I'm a custodian, not a psychic. I can only help by warning you to be careful. Oh. Der weiß doch mehr. Ja, bis mir jemand einen Grund gibt, ihn nicht zu mögen. Und das hat er, weil Samuel auf Rachel aufpassen sollte. Als, ich sag mal, meine Schutzengel-Theorie. Und ja, das ging nicht mehr, weil der Nathan dazwischen kam. Hm. Weil er weiß, die Drogen. Und ja, was der Nathan mit Rachel da gemacht haben soll. Hm. Hm. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. It could have gone either way. Samuel, do you think that we each have a destiny? Yes. I do, Max. In many different lifetimes, of course. Kate Marsh believed in something different, so that's her destiny. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club. Get out now, Max. While time is on your side. While time is on your side. Is it your honest? Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Miss Grant here, but this is just the beginning. How do you know that? I'm genuinely curious. You just have to open your eyes. Then you can see what's coming. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max? I don't like it at all. I'm always thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. If Rachel wants to be found. But... But... Max... All I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. Aber nicht unter der Erde auf dem Schrottplatz. Nicht da. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh... Many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman. And he'd take me out to hear the whales sing. Now they... They just cry. They're not alone these days. I feel so powerless. Oh no. You're the opposite of powerless Max. You think so Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So... Next time I have a question. I'm coming to you. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tabanga. What happened to them? I would say the sky is too dirty for their wings but... Something worse is in the air. It's so ominous. Unless it's fate. Then it doesn't matter. Well I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them Samuel. You know... The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me... That... That I have to feed them now. And then it's two. Haha. So süß. And the Geräusche, like Max cooked. Time to go clean up graffiti from those kids. Get that food in your belly. Get that food in your belly. Hau rein. Das ist viel kürzer. Die hauen nicht ab, weil gefüttert. Two cute little squirrels posing for me. If you insist. Wenn ihr darauf besteht. Oh, süß. Hm. Niemand will das Eichhörnchen fett werden. Also... Zurücksprungen. Haha. Haha. Boah. Diese Zeitzeug drin. Ist nach wie vor für mich einfach noch die coolste Kraft. Da hat Max gerade mit Miss Grant gesprochen. Im Hintergrund. Ob er weiß, dass Max gerade gespult hat? Bestimmt. How are you doing, Max? Been a tough week. I know. Yes, it has. Sad and confused. Samuel is always here to talk. Have you seen Nathan Prescott around? I try not. So... What do you know about Nathan? I know enough... To not want to know anymore. Well, okay. Enough said. You know a lot of Blackwell secrets, so I thought you could help me. Max... I'm a custodian. Not a psychic. I can only help by wanting you to be careful. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. That's how David operates. He sees things. Not people. But I... I think... He wishes he could. Mr. Madsen has all the surveillance in the world, but... He's still blind. I think you have no religion in both of us. No, Max. I... I just look at everything from... He's still blind. Blackwell, you're so sad. Yes. Samuel, du bist die Augen von Blackwell. Du kennst du Kate warst, dass du sie bullied hast? Most alle macht mich lustig, aber Samuel warnt sie über Kate. Ich liebe Bullies, Max. Ich glaube, du. Kate braucht nur mehr hilfreicher Spirits, wie sie Max. Ich hoffe, sie finden sie jetzt. Ich habe definitiv Fragen, was passiert. Oh, viele. Wie kann jeder... Mein Vater war Fischer. Ist das nur Fassade? Also Fassade, wenn er sagt, mein Vater war Fischer, das klingt, als wäre er ganz natürlich. Er hat einen Vater. Er hat einen Vater. Was habe ich denn hier vorhin geantwortet? Ich weiß nicht mehr, ich wollte doch jetzt gerade immer das andere machen. Die Wahlen sind nicht allein, Öko-Kars. Sag doch gleich, dass Max das verursacht. Wenn er mal wieder eine Frage hat, dann kommt er zu Max. Was denkst du über all das... Samuel hat die Beri. Ist das cool mit der Chabenga? Wir werden wissen, ob die Seelen des Zähns weitergehen. Nicht. Wir können es prüfen. Es ist so ominös. Unless es ist Fass. Dann ist es nicht wichtig. Na, Schicksal. Der Gedanke, ob Schicksal ja oder nein vorhanden ist, ist auch so cool. Ich bin glücklich, dass deine Schäden noch gesund und glücklich auf dem Campus sind. Ich auch. Wenn etwas... Nicht so lange, als du hier bist, um... Das единeste, was sie entspricht, ist... Das sieht so süß aus. Wir waren noch nicht fertig. Geh raus, solange du die Kraft hast, weil sie vielleicht mal endet. Hm. Even though Miss Grant likes me... As I was just saying to her... Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max... I don't like it at all. Die Zeit hat kein Ende. Schon mal Quantum Break erlebt? Ich denke immer, dass Rachel Amber ein paar Antworten hat. Wenn wir sie finden können. Wenn Rachel gefunden hat, sie gefunden hat. Das ist das echte Geheimnis. Wo ist sie? Wenn jemand weiß, es wird sie dir. Meine Schäden sagen mir das. Aber... Max, all ich kann sagen, ist, dass du auf deinem Weg gehst. Und du findest, was du für dich achst. Rachel Amber ist auch. Ich bin sorry. Ich hätte jetzt gehen. Hm. Äh, da war doch schon was. Hm. Ich fühle mich, dass der Schnee uns weinen will. Hm. Eat up. Food is the universal language. Hm. Die beiden Haugen sind so cool. Hm. Mal schauen, wie lange es dauert, bis Justin Chloys Namen wieder vergessen hat. Ich kann sagen, dass Justin wirklich in der Chloe ist. Eine Droge später. Chloe fits in so easy with Justin. Äh, merkst du das, wie du näher bist? Äh, merkst du das, wie lange es dauert, bis du und ich hier in der Schule gehen würdest. Oh, ja. Aber jetzt kannst du Herrn Jefferson alles zu dir selbst haben. Ach, du schuldig. Jetzt, lass uns in der Blackwall-Ninja-Mode gehen. Nicht da hochgucken. Hm, okay. Das ist so schade, dass sie hier nicht Co-Ed-Dormen haben. Ja, weil ich will Nathan Prescott in der Wohnung neben der Tür. Gute Punkt. Warte hier. Gib mir das Signal, wenn Nathan oder jemand kommt. Ich werde dich nicht aufhören, Bad Max. Bad Max. Kriegen wir schon hin. Wer hört denn die Musik? Wer hört denn Musik überhaupt? Wer mag denn Musik? Boah. Ach, es wird wieder Schnüffelzeit. So gern ich auch mit den Leuten rede. So macht das Schnüffeln natürlich genauso viel Spaß. Aber dieses Gespräch mit Samuel, der einfach mehr weiß. Genial. Aber gut, dann würde ich sagen, schnüffeln wir in der nächsten Folge so richtig weiter und wieder los und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.